entschuldigen sie wie komme ich zum bahnhof ja klar das ist ganz einfach sie gehen bis zum kreisverkehr und dann nach rechts vielen dank auf wiedersehen ja kein problem auf wiedersehen entschuldigen sie ich habe gesagt nach rechts nicht nach links dankeschön manno manno mann lernen sie doch mal die wegbeschreibung auf deutsch ja mache ich ich gehe gleich nach hause und gucke youtube so ich lerne jetzt deutsch alle zusammen heute sprechen wir über die wegbeschreibung auf deutsch wie fragt man nach dem weg und wie beschreibt man den weg darüber sprechen wir in diesem video los geht's so als erstes nach dem weg fragen du fängst deinen satz meistens mit entschuldigung oder entschuldigen sie an das ist höflich und das ist auch wirklich sehr üblich entschuldigen sie bla 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 und dann gibt es verschiedene varianten als erstes entschuldigen sie wo ist bla 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 zum beispiel entschuldigen sie oder entschuldigung wo ist der bahnhof wo ist der bahnhof oder wo ist eine apotheke entschuldigung wo ist eine apotheke dann die zweite variante wo finde ich wo finde ich und finden kommt immer mit akkusativ okay das ist wichtig zum beispiel wo finde ich den bahnhof der bahnhof ist nominativ und dann haben wir wo finde ich den bahnhof ok ich spreche darüber auch in meinem video über den akkusativ ok das findet ihr hier so zum beispiel kannst du auch sagen wo finde ich eine apotheke wo finde ich die feuerwehr wo finde ich die feuerwehr ich suche das ist auch mit akkusativ ich suche die post oder ich suche den flughafen entschuldigen sie ich suche den flughafen oder ich suche das kino ich suche das kino dann das ist auch sehr üblich wie komme ich zur zum und so weiter zum beispiel wie komme ich zur auguststraße wir verwenden zur mit femininen nomen es ist die auguststraße also sagen wir zur auguststraße ich kann euch das noch mal genau in einem anderen video erklären ok jetzt merkt euch nur zur mit femininen nomen dann wie komme ich zum bahnhof es ist der bahnhof also benutzen wir zum und wir benutzen zum auch für neutrale nomen ok also zum beispiel das rathaus das ist neutral also sagen wir zum rathaus wie komme ich zum rathaus ja das ist neutral also wir benutzen zum für maskuline und für neutrale nomen ich kann euch das noch mal in einer einem anderen video genau erklären wollt ihr dass ich so ein video mache dann sagt bitte ja anja in den kommentaren so das ist nach dem weg fragen jetzt den weg beschreiben gehen sie geradeaus das ist formell gehen sie okay dann gehen sie nach rechts oder links kannst nach sagen oder ohne nach das ist auch okay gehen sie rechts oder links gehen sie diese straße entlang gehen sie diese straße entlang biegen sie nach rechts ab biegen sie nach rechts ab oder biegen sie nach links ab entweder mit oder ohne nach nach ja du kannst auch nur sagen biegen sie rechts ab oder biegen sie links ab ohne nach ist das auch okay dann das ist in der nähe das ist in der nähe das ist in der nähe literally in der proximity in the closeness das ist weit weg das ist weit weg oh das ist weit weg entschuldigen sie wo finde ich das kino oh das ist weit weg es ist an der ecke das ist ein guter chunk an der ecke okay das ist auch ein guter chunk oder in der nähe ist auch ein sehr guter chunk zum lernen und das nächste gehen sie bis zur ampel zur ampel also welchen artikel hat die ampel ich habe es gerade gesagt also es ist die ampel und deswegen benutzen wir zur ampel und welcher artikel ist für kreuzung kreuzung der die oder das ist die kreuzung und deswegen sagen wir zur kreuzung alles klar und dann zum kreisverkehr der kreis ist das das ist ein kreis und verkehr means the traffic verkehr es gibt zum beispiel auch das wort der geschlechtsverkehr which means sex or sexual intercourse das geschlecht ist the sex or the gender und verkehr means traffic so it's like the gender traffic das ist der geschlechtsverkehr sexual intercourse und ja das ist der kreisverkehr alles klar und welchen artikel hat kreisverkehr es kann sein der oder das weil es ist zum kreisverkehr es ist der kreisverkehr alles klar gut und wichtig informell sagst du geh geradeaus oder geh rechts geh links oder bieg nach rechts ab bieg nach links ab das ist informell für personen die du gut kennst it's for people that you know well dann haben wir geh bis zur kreuzung oder geh bis zum kreisverkehr okay das ist die informelle variante und zum schluss was sagst du wenn du den weg nicht kennst den weg nicht kennen es tut mir leid oder kurz tut mir leid zum beispiel entschuldigen sie wo ist eine tankstelle tut mir leid ich bin nicht von hier tut mir leid ich weiß es nicht ich weiß es nicht oder das weiß ich nicht das ist beides gleich das beides okay ich weiß es nicht oder das weiß ich nicht tut mir leid jetzt hast du wirklich viel gelernt oder wir machen eine hausaufgabe bitte übersetze diese weg beschreibung ins deutsche schreibe deine antwort in die kommentare wenn du willst dass ich noch ein video über zur zum an der ecke und so weiter mache dann bitte daumen nach oben und also i can teach you all the places in the city ja zum beispiel die tankstelle oder das rathaus und die feuerwehr und so weiter darüber kann ich auch noch ein video machen let me know how much you understood and if it was fine for you sag bescheid wie viel du verstanden hast okay tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.